Großalarm im nordrhein-westfälischen Solingen. Gegen 21.45 Uhr hat ein Mann auf dem Fest zum 650. Stadtgeburtstag mit einem Messer auf Passanten eingestochen. Er soll dabei gezielt die Hälse seiner Opfer anvisiert haben. Nach Informationen der Polizei gab es mindestens drei Tote und mehrere Schwerverletzte. Beamte stehen mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Das Stadtfest wurde nach dem Verbrechen abgebrochen. Über dem abgesperrten Gelände kreiste ein Polizeihubschrauber. Die Einwohner wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben und die Innenstadt zu meiden. Es gab Absperrungen in der ganzen Stadt. Tatort war der Frohnhof, ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Die Polizei wertet die Horrortat mittlerweile als gezielten Anschlag. Die Polizei wertet die Häusern zu bleiben.